so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen review von jubelix medias das ist eine wasserdichte tasche was ich heute reviewen werde das ganze ist von jubel.de link steht auch noch mal unten in der beschreibung und zwar das wie schon gesagt eine wasserdichte tasche dies dazu da und wenn ihr zum beispiel an den strand geht und wenn ihr da zum beispiel euer iphone oder euer ipod oder was auch sonst immer da reinpackt das ganze nicht nass wird und es gibt die tasche in drei varianten einmal als multifunktionstasche also hier die kostet 3,90 euro dann für mp3 player 9,50 euro und für kameras 14,50 euro die multifunktionstasche also die im allgemeinen tasche hat die maße 18 zentimeter mal 13 zentimeter und hier hat man an der seite so ein band damit man das ganze an den hals hängen kann dann haben wir hier natürlich den verschluss da seht ihr auch schon ein paar flecken weil ich das schon benutzt habe wenn ihr seht so ja hier ist ein verschluss wenn man den so auch macht also ist einmal ein klettverschluss dann muss man Littchen ein paar mal aufrollen und dann ist hier noch eine kleine lasche die muss man auch noch hinten machen und dann kann man das ganze jetzt einfach hier so reinpacken und ich werde das ganze auch einfach mal machen ich werde hier mein altes handy rein machen weil falls doch was daneben gehen sollte ist mir das lieber wenn es kaputt ist hier ist mein altes handy funktioniert doch noch so und so weiter also machen wir das ganze jetzt einfach mal hier in die tasche rein und dann geben wir gleich erstmal zum waschbecken das ganze hier mal mit erst mal machen das ganze diese zu müssen auf achten dass das hier so schon alles so ist so so dann hier noch so rüber und da müsste jetzt eigentlich nichts mehr durchkommen man sieht so an der seite so sieht und hier jetzt einfach mal mit zum waschbecken so und sind jetzt hier mein waschbecken nehmen wir jetzt einfach mal die tasche und machen mal den wasserhahn an und lass einfach ein paar mal so rüber laufen so so hier schon rein zack so jetzt müsste rein und wir können einfach mal hier drin auch bedienen klicken ach das geht eh nicht wir müssen doch ich habe jetzt hier drauf gerückt da ja ihr seht das ganze geht so auch nochmal das ist jetzt schön nass aber das handy müsste jetzt auch trocken sein indem wir das einfach mal hier raus so schön aufmachen so und das handy ist noch trocken und man kann alles erkennen jo also sehr toll das ganze für 3,99 wirklich ein schnäppchen also wenn ihr euch holen wollt kann ich euch nur empfehlen und ja ist das gewesen sein ansonsten abonnieren empfehlen kommentieren und bewerten euer franz euer chubix medias und hau da rein